So, Karte Die Werft Rot sind Beppo, Casey, Mark und Frank Ich hab übrigens alle blau gemacht, du bist doch ne Junge Entschuldigung, das bleibt rot Dabei wär ich viel lieber blau Ja komm, ich komm so fast Ja, warte, wir sind ruhig Ich muss nur grad ein Getränkuh nehmen Das muss ich blutig machen Und jetzt gehen wir noch mal fliegen? Ich muss nur in den Freier gehen So So, nur 4, 7, 3 Super We're gonna go Auf sehr Sie Spannend Spannende 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 Und hier, 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 hier. Ich hab dich überhaupt nicht gekämmt... Ich bleib hier. Die Farbe wird jetzt wirklich erschienen. Ich hab dann eine Hausbander sein jetzt. Das ist ja so, dass ich jetzt verweigte. Da kann gar nichts passen. Da wird auch schon ewig nicht mehr so fliegen. Ewig und selten. Ich weiß hier nicht, wo man alles lang gehen kann. Bei welchem Container plötzlich einer wäre. Ja, Marc kennt sich auch nicht so aus. Der hat ja auch seit heute erst gemetzt. Küche. Oh, über uns sind die. Da, da, da oben. Wo wir gerade herkommen. Alle noch am Leben? Ja. So. Cleppo ist da in dem Zimmer. Wirft was. Unten. ja mit mir auf war und er hat keine Munition gehabt der Kaffee genau das ist das Problem auch ich kann das nicht in die einstellen in die unendliche Munition also Genau, das nennt man dann Cheater. Ja, das böse Wort benutzen wir hier nicht. Du legst einfach das Spiel ein und drückst, wenn das Spiel beginnt, einfach alle Knöpfe gleichzeitig. Das finde ich für immer cool bei alten Spielen funktioniert. Ja, das hat damals bei Street Fighter und so. Das war geil. Ich glaube ich kann das sogar noch, welche Knöpfe ich in welcher Reihenfolge drücken. Danke. Ich brauche es. Die sind immer noch alle da an diesem Ort. Halt. Rüstung an. Oh, okay. Ah, fanden. Oh ja, alle greif. Boah, Casey hat mich entdeckt. Scheiße. Ich hab dich getroffen. Ja. Warte, ich... Krabbel runter. Lass mich hier runterfallen. Ah, du kannst verarzen. Jo. Oh, das wäre noch da hinten drin. Ah, da sind wir noch. Ah, da sind wir noch. Ah, da sind wir noch. Dich. Aus uns machst du keine Nudeln. Nü. Ja, tot. Alle toll? Hoffen wir mal. Ich zähle nur drei Leichen. Irgendeiner hat sie aus dem Stoff. Ja, da waren wir auch nur drei. Einer hat sie vor... Ah, woanders. Außen die Kiste. Oh, da guck ich ja nicht raus. Was für ein Mist hier. Wie find's denn aus denn nicht? Achtung, wir sind... Weil... Da kam irgendwie... Ich hab grad einen roten Punkt ausgedrungen lassen. In der Gegend. Ich hab immer einen Special-Knüppel gemacht. Mal gucken, ob mir jemand zu nahe kommt. Aber meistens dann nicht. Wie sind die? Gar nicht. Die sind hier im Kreis ja. Boah, jetzt hab ich mich erschrocken von den Einkaufslagen. So? Den hat einer nicht zurückgebracht und den einen Euro nicht geholfen. Ach, den hab ich jedenfalls auch schon gesehen, der auch nicht rauskommt, aber das stimmt nicht, ne? Aber, konnte man nicht markieren. Ja, hier ist ne Bombe in diesem Gras, glaub ich. Ich weiß nicht, ist das eine von uns? Unsere. Also hab ich mal irgendwo gesehen. Nein! Na gut! Natürlich, bin ich es wieder! Danke für's Entschärfen. Mann, warum lauf ich heute immer nur in die Scheißdinge? Hat aber lang gebraucht, die Bombe, du! Boah, kommst du weit weg! Ich leg mal eine hier wieder hin. Ich schläge dann auf. Das hält ja sich so auf, ne? Dass ich die kaputt gemacht hab. Und wie sind die jetzt rechts außen, ne? Und wie sind die jetzt rechts außen, ne? Wo sind die da? Auf und dicht. Ja, die sind hier bei mir. Ja, halt das auch. Ich halte mal alles frei, was das für ein Wohnzimmer ist, in dem Orschen da. Und an mir sind auch welche? Ja, da sind sie da oben jetzt. Keine hab ich. Echte, ich hab den Schulte doch im Ollopop. Ach, ich lege noch. Warte. Ich kann grad nicht. Ich hab Beppo wieder, ey. Ich hab's. Einen hab ich überall gesehen. Greci ist glaub ich schon dabei gewesen. Oder? Ich hab jetzt Trouble mit Beppo. Ich seh ihn leider gerade nicht mehr. Hat er jetzt eingenebelt? Ich hab gerade... Ach so. Ich hab zwei erledigt, wenn er dann doch Greci dabei war. Sag mal, ich hab Beppo. Ah! Ah! Da schießt was. Hört sich an wie Mark. In der Schussfolge erkannt, ne? Ah. Es sind aber wieder alle vier gespawnt, na super. Oh, ich hab einen erlebt. Das wär die Bombe an der Küste, glaub ich, ne? Ja, ja, ja. Der Strommann liegt. Ich bin der Rüstung wirklich verliebt. Komm, Appo! Wie viele sind neu übrig? Einer? Einer auf der Seite von mir. Er kommt. Seitlich. Hinter dir. Da will ich mich messern. Mann! Er wollte mich messern und... Abstehen! Bleib still! Nein, komm nicht zu mir! Das ist schön! Dann hab ich aber schön abgelenkt. Wie so eine schwule Hofklopperei. Bleib still! Nein! Ach, ich hab nur eine Molotow erwischt hier. Schade. Scheiße, wir sind schon wieder. Was? Nein! Was? 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 Aufmachen! Ne, ich mach mal eine Bondo. Rasta. Auch Bondo. Was? Oh, okay. Sie hat Taliban gemacht. Verdammt! Nein! Weil er wirklich gemacht hat. Mit dem Molotow. Jetzt hat er dann mal getroffen. hat er dann noch mal getroffen. Ich hab er dann auch alle drauf. Da hat er letztendlich auftバr. Ich vermisse ihm die Pläne ansehen. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Hat irgendjemand von euch Bomben verteilt? Nein, ich bin aber gar nicht in einen reingelaufen. Fuck. Alle feiern rum und... Scheiße, ich brauch Veratmung. Scheiße, ich mach mal auf den. Oh, das... Das war ja... Pein, das ist richtig. Ich kann mal... So... Nein! Kefi! No... Im Rennen. Boah, an der rechten, an der links. Bei mir auf Stefan kommt einer. Ich hab keine Medikits mehr, ich weiß nicht, wo hier Kondome liegen. Ja, das war doch so. Oh, Krutztich, hizo es nochmal. So, ich weiß jetzt! Oh, Krutztich, hizo es nochmal. Ne? Oh, was hat der in diesem Knüppel hier? Was ist halt... Man muss es mitmachen, oder? Nein, wie war ich? Nee, mag war das. Wir sind die ganze Zeit hinter mir hergelaufen, hast schon mit dem Knüppel alles übergezogen. Wir holen auf, das ist nicht gut. Ich kann aber mal sagen können, der Typ. Wie ein Kuckuck. Ich hab aber jetzt nichts mehr. Oh, ey, das gibt's eher so. Ja, mach den Platz! Ey, das gibt's doch nicht. Stimmt, hab' aber vorhin geschossen! Das gibt's doch nicht! Ich dachte, den Hand zurückgibt mit angeschockt, hat nicht gebrocht. Ja, sicher, netter Versuch mit der Bombe. Wo sind sie? Keine Ahnung, ich darf anders drauf los. Oh, hier sieht's gut aus, nein. Oh, links und wo. Wo sind sie? Ah, toll, unten. Ach, juhu. Ah, juhu. Ach, juhu. Ach, komm, 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 komm. Wer war das? Wen hab ich gedacht? Ich. Nein, Laura. Oh, Laura, oh, sorry. So, see this? Wow.